Willkommen meine lieben Freundinnen und Freunde auf Cannamus Channel. Ich hoffe euch geht es einem gut an diesem sonnigen Sonntag. Heute zu einem interessanten Review und zwar das Demikan 27.1, das Peter Luma. Ich zeige euch mal ganz kurz die Haptik und dann kommen wir zum weiteren. Steinhart, ähnelt dem Peace Naturals von früher, besetzt von Trichom. Und dann, Optik 10 von 10, Haptik 10 von 10, kann man wirklich nichts zu sagen. Ich spreche es mal auf für euch. Schaut selber, das ist wirklich 1A. Jetzt kommt das Aber, die Wirkung, hält bei mir leider nur eine halbe Stunde circa an. Dann kann ich wieder quasi nächste Medizinernährung einnehmen, aufgrund des ADS, kommt dann stark durch. Die Terpene, leicht Kokos, leicht Bananerich, ein bisschen, ja, soll man sagen, Sonnenmilch kommt schon, kann man sich schon erdenken. Leichter Cheese Geruch auch, es ist eine sehr angenehme Note, sehr ausgewogen. Also es ist wirklich sehr interessant, gerade für ADSler und Schmerzpatienten. Problem ist, die Wirkung hält halt nicht so lange an bei mir und die Terpene sind leider nicht so, wie man es sich vorstellt, gerade bei so einem Produkt. Ich weiß nicht, ob die irgendwo in Kanada stecken geblieben sind, Spaß beiseite. Aber, ja, die fehlen mir leider, muss ich sagen. Alles in allem, 8 von 10 würde ich jetzt mal sagen, ist ein Top-Produkt. Kann ich wirklich den Leuten mit Schmerzen, ADS, nur ans Herz legen. Das einzige Manko ist halt nur, ja, die Wirkung plus die Terpene. Ich würde mal gerne in den Kommentaren von euch wissen, wie die Wirkung bei euch ist, wie lange sie bei euch anhält und wie eure Erfahrungen dazu sind. Ich kann dazu jetzt noch mal ganz kurz einer aufbrechen, damit ihr auch nochmal seht, wie das von innen aussieht. Nochmal, teilweise echt pur pur, ja, lila, wie man sieht. Da kam auch das Thema Seeds zum Thema, sag ich mal. Zum Thema kam auch Seeds und man sieht die Vernistung, die Einhöhlung davon. Also es wollten sich wo Seeds bilden, haben sie aber nicht, zum Glück. Ich habe auch bis jetzt keinen gefunden. Ja, ich bin gespannt, wie es weiterhin noch laufen wird mit den medizinischen Sorten. Lasst mir auf jeden Fall gerne in den Kommentaren eure Meinung da. Ich bin gespannt auf die nächsten Sorten, die noch reinkommen werden. Jetzt komme ich mal kurz zu den Fakten. Transkarifulieren ist enthalten, was entzündungshemmend wirkt. Limon, was leicht zitronig ist. Dieser leichte Limonduft, der da noch herauskommt, sag ich mal. Gemischt mit dem, ja, Banana ergibt das eine leichte Citrusnote. Da das ja ein Taliban ist, was eine Kreuzung aus Banana und Dosido ist, wie schon erwähnt, ist es halt wirklich, ja, ein erfrischender, ein sommerlicher und gleichzeitig für den ganzen Tag ein top geeigneter Strain, der aber ohne Kostenübernahme stark ins Geld geht. Ihr wisst, was ich meine. Aufgrund der nicht langanhaltenden Wirkung bei mir zumindest und, ja, des hybriden Effekts ist es für ADSler gut geeignet, aber nicht so gut wie eine Sedierungssorte. Ganz klar. Wenn man jetzt irgendwie was Bestimmtes erledigen muss, wo man das ADS gut nutzen kann und gut nutzen möchte, ist so eine Sorte 1A geeignet. Zur Fokussierung zum Beispiel und gleichzeitig auch zur Linderung der Schmerzen. Ja, das ist das, was ich zu der Sorte sagen kann. Ich hoffe, ich konnte euch damit weiterhelfen. Und lasst mir gerne einen Daumen an, wenn es euch gefallen hat. In diesem Sinne, meine lieben Freunde, für die nächsten Reviews abonnieren nicht vergessen, Glocke nicht vergessen, was nämlich die meisten vergessen, damit ihr die nächsten Reviews ein-, zweimal, circa im Monat nicht verpasst. Bei Fragen gerne in den Discord reinkommen, per Instagram, seid ihr immer up to date. Könnt ihr euch auch verifizieren. Ja, in diesem Sinne, meine lieben Freunde, ich wünsche euch was. Bis dann, tschüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü Vielen Dank.